fünf klassiker die eingestellt worden sind zeige ich euch heute natürlich gibt es viel mehr ich werde vielleicht euch irgendwann noch mehr zeigen heute zeige ich euch fünf leider sehr schade dass die dürfte eingestellt worden sind weil es sind sehr nice dürfte und ja dann würde ich mal sagen bis gleich willkommen back ja mein name ist immer noch dennis immer noch aus hamburg ja und für alle neuen bleibt einfach hier drückt meine glocke abonniert meinen kanal das wird mich natürlich freuen hier verpasst ihr dann keine parfüm videos mehr wenn ihr auf paar fünf steht hier gibt es genug ja so wir fangen mal mit den ersten ja es ist für mich ein klassiker auch und zwar wtw extreme von gelang wie ich mal so schön sagt das original soweit ich jetzt weiß gibt es noch das extreme wurde eingestellt so normalerweise oder ich könnte jetzt sagen ihr könnt jetzt weiter skippen weil wenn ihr kein wtw-fans seid könnt ihr braucht ihr hier gar nicht weiter gucken weil das ist schon wirklich wtw von aller feinsten auch frisch grün erdig feucht aber dadurch dass es ein klassiker ist bei bitter hier weil leider gibt es die nicht mehr gibt es einen großen unterschied ich habe ja auch das original da das übrigens auch ein neuer an ein älterer kein neuer ein älterer flakon die das auto toilette gibt es noch habe ich auch in selben flakon aktuell gibt es aber einen neuen flakon ich werde immer einblenden so das ist einfach ein duft ich finde schade er ist rauchiger nussiger und eifer frischer gemacht als das original aber nur ein tick frischer aber so nice es ist echt schade dass der eingestellt worden ist wirklich schade weil es gibt doch wirklich unterschied ob du jetzt wirklich dieses wirklich feuchte erdige und nicht ganz so frische auto toilette benutzt oder eben das extrem und ja aber warum weshalb können wir wieder philosophieren darüber und diskutieren ob sie nicht mehr ganz dicht sind es ist einfach so da müssen wir uns mit abfinden auf jeden fall ist das extrem leider eingestellt worden schon länger und ja ob ihr es noch bekommen könnt weiß ich nicht ich kann es nur ans herz legen wenn ja es ist wirklich ein geiler bitte wer durfte und für mich hat gelungen wie ich immer so schön sagt ja so und so die den besten wetter wird oft dann haben wir ja ein davidoff duft ja davidoff und zwar relax relax ach ja diese cremigkeit auch ein bisschen old school aber zu der zeit war es ja nicht gut im endeffekt ist es ein minziger also ja minz ist dabei minziger duft denn wieder auch bergermotte dann wachol dass da glaube ich bei den früheren da waren immer so viele sachen drin man merkt gar nicht so extrem diesen old school touch ihr habt einfach was cremig minziges und es ist so schade ich kenne keinen duft der so in diese richtung geht es ist schade dass davidoff mit relax dass es den nicht mehr gibt vielleicht werden sie den unbedingt ja auch mal zum leben wieder erwecken und ja der ist natürlich noch nicht gekippt ich bin froh ihn zu haben ja natürlich sind wir auch früher das sind so sieben stunden halbbarkeit ich denke mal er war früher nicht unbedingt schwächer das kann natürlich sein dadurch umso älter der duft wird dann hält er ein bisschen weniger aber ja es war immer ein auto toilett ist ein geiler duft also wenn er hier es ist so ein schöner eleganter minziger duft einfach ein anderer minziger durch die typische minz note der einfach so im background da ist und dann so eine schöne leichte süße so wie bei versace the dreamer also nicht diese also nicht ihr wisst und so eine anschmicksame cremigkeit relax ist schon sehr nice so dann haben wir ganz frischen duft und ihr müsst euch das so vorstellen das passt wirklich wenn ihr am flughafen sein es ist schönes wetter sternhimmel abends jetzt am flughafen wo das in deutschland ja ein bisschen schwierig ist sondern in deutschland schaltet sich ja acht stunden tatsächlich von flugverkehr ab ja auch frankfurt inzwischen und ja egal auf jeden fall dann diesen duft zu tragen night flight wow also ihr habt hier ich kann diesen duft auch ganz schwer beschreiben ihr habt da eine metallische frische süßliche metallische frische die einfach es passt einfach dieser duft night flight wirklich also ich bin ich ärgere mich habe den für 20 euro gekauft ich ärgere mich schon ein bisschen obwohl da kommen gleich zu dass ich da nicht noch ein zwei von gekauft dabei jetzt kostet richtig geld das ist noch nicht die alte version es gibt auch noch mit mit so ein silber hier oben das ist noch die richtig also noch ältere version aber die ist auch sehr nice und das ding ist man kann ihn eigentlich reicht das hier einer man kann ihn einfach nicht immer tragen es ist einfach ein duft den man nicht wirklich immer tragen kann ich finde da kann das kann ein zu viel werden der ist gut acht neun zehn stunden halbbarkeit und da hat job wirklich was raus gehauen wirklich was rausgehauen und ja ich finde das ein bisschen schade job behält so ja so weit so gut seine dürfte vielleicht kommt night flight aber auch wieder man weiß es nicht auf jeden fall sehr kühler metallischer cremiger leicht süßer frischer duft auch leicht würzig grün im background aber nur ganz 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 wenig dann haben wir noch ein david auf und zwar den cool water die vintage version und im endeffekt kennt ihr ja die aktuelle cool water version die ist nur synthetisch frisch so und das hier ja hier habt ihr einfach was extrem grünes noch natürlich eichenmoos noch hier ist auch noch echtes eichenmoos drin und frische aber keine unbedingt synthetische frische aber ihr nehmt natürlich cool water war das nehmt ihr bei den aktuellen auch noch aber so fein und sowie der ist schön grün das gibt es leider nicht mehr natürlich könnte man jetzt ersten von mehr nehmen ich werde ihm einbein kostet nicht zehn euro habe ich schon seitdem ich hier auf youtube videos mache habe ich mit anfang vorgestellt übrigens ist dieser cool wort der flänker aber das original glaube ich habe ich dir auch gezeigt das war mein erstes video vor glaube ich vier jahren inzwischen dass ich diesen duft vorgestellt habe mein erstes video über cool water da habe ich noch glaube ich gesagt west in peace paul walker weil paul walker zu der zeit leider verstorben ist und kurz vorher für cool water werbung gemacht hat ja aber wie gesagt das ist die die schon lange eingestellt worden schön mosig grün ihr könnt natürlich auch den quid kaufen wie heißt er denn noch mal green irish tweet ist nicht schlecht ist übrigens auch der lieblingsdorf meines lieblings schauspielers clint eastwood aber kostet natürlich ein bisschen ja wie gesagt der espen ist aber wirklich sehr sehr gut gemacht und es gibt ja so einige fläger aber ihr müsst auf dieses grüne mosige achten weil das ist die old school version so dann kommen wir zur john paul gut jay und zwar gut j2 da haben wir ihn ist nur noch wenig drin das ist ein duft den trage ich wenig und ich war auch nicht immer ein fan davon vanille amber und so und ich hatte den in 100 ml groß den habe ich verkauft könnte man jetzt sagen idiot okay ja jetzt habe ich hier noch ein bisschen von der alten version und ja wie gesagt amber vanille moschels es ist ein sehr süßer duft der aber schon irgendwas hat was andere in diese richtung nicht haben und ich kenne auch keinen der so riecht außer die neue version so und ich habe den reifen lassen ich habe übrigens noch einen da habe ich noch einen also ich habe davon zwei gekauft das ding ist die gibt es auch nicht mehr ist auch eingestellt das war einfach mal schnell so verstehe ich auch nicht warum aber gut da es gibt keinen unterschied es gibt keinen unterschied ich habe den ich habe das anfang schon gesagt habe ein einzelvideo dazu gemacht wo rausgekommen ist aber jetzt wenn man ihn stehen das und reifen das man merkt keinen unterschied das ding ist viele wollen das nicht wahrhaben weil sie wahrscheinlich den noch gebunkert haben und da ganz viel geld für ausgegeben haben so weil es ist ja ich will das jetzt hier nicht sprühen ich könnte das jetzt wieder machen ich merke das gibt fast oder es ist kein unterschied und aber es macht ja auch nichts wenn ich das jetzt euch sagen weil der ist ja auch wie gesagt wieder eingestellt worden bzw das war einfach nur mal ein kurzer moment der sollte mal ganz kurz da sein wieder hast auch ein bisschen wie wie soll ich sagen ich finde das das ist ich könnte ich wollte sein der erst vielleicht ein bisschen tiefer nee er ist einfach es ist wenn ihr den reifen lässt oder dennoch habt oder ich hoffe ihr habt ihr nicht wieder verkauft wegen geld das ist der duft und ich kenne keinen duft der suche ich das ist gar hier ist noch jasmin drin das ist hier nicht drin es kann sein dass der tick im hintergrund vielleicht ein bisschen aber eigentlich blumiger ist wenn ich das hier riecht ne von der halbbarkeit hat das weiß ich jetzt gar nicht mehr die sind starke ist es einfach präsent ich fand auch nicht dass der immer bismut war was heißt bismut schon also sie sind kommt auf an wann welche jahre ist der kann lange halten das ist immer an sich da der vielleicht ist der ein bisschen stärker aber vom von der dna von geruch merke ich da keinen unterschied und die jasmin die da drin ist weiß ich nicht also ich richtig nicht wirklich raus es riecht einfach wie die old school version aber leider ist dieser duft nicht mehr auf dem markt gut je zwei schade ist aber so so das waren fünf classic dürfte die eingestellt worden sind und ich werde bestimmt euch mal mehr zeigen und schreibt mir runter was habt ihr so für dürfte und dann schreibt auch zu was zu diesen dürften und auch habt ihr den gut jeder den ist ja mal ganz kurz zu kaufen gab vielleicht ein bisschen reifen lassen das ist schon man merkt dass manche dürfte reifen einfach und das ist ja noch nicht so lange her aber sie reifen und ist schon nice also leute reinhauen auch mal ganz kurz zu sehen ja 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 ja